Livia und Numidia noch außerhalb der Box, jetzt ist auch Livia eingezogen, fällt in Kürze komplett. Fällt komplett, Starter hat die Fahne bereits nach oben gerichtet. Und Achtung, Start, Start zur Rubbellos Trophy, erstes Galopprennen am heutigen Rheintag, im zweiten Meeting Goldmarie, Livia kämpfen hier um die Spitze, auch Royal Groom, Numidia, von außen kommt allerdings nun Basic System und auch Makalu, so geht es in den ersten Bogen hinein, Makalu und außen Basic System, dann folgt Livia sowie der Favorit Royal King. An der Spitze allerdings nun Basic System. Basic System übernahm das Kommando, liegt etwa zwei Längen vor Makalu, außen sieht man Sokol, dann liegt es an vierter Position Livia. So wurde der erste Bogen durchlaufen, Basic System bedrängt nun von Makalu, dahinter sieht man Programm Nummer 10, Sokol, gefolgt wie es scheint von Royal King und Livia. So das Geschehen Mitte der Gegenseite, unverändertes Geschehen, zwei Teilnehmer sind an der Spitze, innen Basic System und außen Makalu, der kommt hier immer besser zurecht mit den Bedingungen, etwa zwei Längen zurück, dann die beiden Favoriten, außen Sokol und innen Royal King. Vier Teilnehmer haben sich hier abgesetzt, eingangs des Schlussbogens, haben einen Vorteil von gut zehn Längen auf die Konkurrenz. Außen Makalu, innen Basic System gefolgt von Sokol und Royal King, so das Geschehen Mitte des Bogens, es scheint kommen nur die vier um den Sieg hier in Frage. Außen hat jetzt Makalu endgültig Basic System an der Spitze abgelöst, Makalu übernimmt das Kommando Sokol und Royal King warten hier noch ab, es geht in Kürze auf die Endgerade. Makalu hat einen Vorteil, innen fällt Basic System zurück, außen kommt Sokol, dem wird der Kopf freigegeben und der überläuft hier Makalu. Jetzt kommt auch Royal King auf Touren, Sokol hat die Spitze, Sokol ist voraus mit zwei Längen auf die Konkurrenz, etwa 200 Meter vor dem Ziel. Sokol hat sich weiter abgesetzt, Sokol und Alexander Reznikov gewinnen hier und das überlegen. Sokol distanziert hier die Konkurrenz in der Rubelos Trophy, Sokol gewinnt vor Royal King und Makalu. Die Spitze, Sokol ist voraus mit zwei Längen auf die Konkurrenz, etwa 200 Meter vor dem Ziel. Sokol hat sich weiter abgesetzt, Sokol und Alexander Reznikov gewinnen hier und das überlegen. Sokol distanziert hier die Konkurrenz in der Rubelos Trophy, Sokol gewinnt vor Royal King und Makalu. Wird das Publikum der vorläufige Einlauf? Im zweiten Rennen lautet 10, 7, 8, 4, 9. 10, 7, 8, 4, 9. Einlauf vorläufig. Das dritte Rennen, Joker, sagen sie, Ja Trophy. Ein Bewerb der Freunde des Trabrenzsports mit allen neun im Programm angegebenen Teilnehmern. Dieses Rennen wird auf der Grasbahn abgehalten. Parade befreit ist Programm Nummer 4 Flanagan. Startzeit pünktlich um 13.50 Uhr. Startzeit pünktlich um 13.50 Uhr.